Hi Lena, sag mal, wie sieht eigentlich eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Fresenius aus? Aktuell beschäftigt Fresenius 197 Auszubildende und Dualstudierende an den Standorten Bad Homburg, Friedberg und Oberursel, für die eine eigene Ausbildungsabteilung zuständig ist. Den Verlauf deiner Ausbildung darfst du selbstverständlich aktiv mitbestimmen und profitierst zudem von zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit vielfältigen Karrierechancen. Okay, und wie ist die Konzernzentrale eigentlich so angebunden? Die Fresenius Konzernzentrale in Bad Homburg befindet sich circa 15 bis 20 Minuten mit dem Auto von Frankfurt entfernt und verfügt über eine optimale Autobahnanbindung sowie ein konzerneigenes Parkhaus. Außerdem ist der Bad Homburger Bahnhof nur 5G Minuten entfernt, das heißt du bist optimal vernetzt. Das klingt ja schon mal ganz gut, aber wie finde ich überhaupt den richtigen Beruf für mich? Ja, die Frage nach dem richtigen Beruf ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Um dich aber trotzdem bei der Entscheidung zu unterstützen, bieten wir digitale Infonachmittage für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern an und sind auf Berufsinformations- und Ausbildungsmessen vertreten. Schau doch einfach mal auf unserer Karriere-Webseite vorbei oder sprich uns super gerne auch direkt an, um mehr darüber zu erfahren. und dann sommer auf unserer Karriere-Webseite vorbei Vielen Dank.